Und plötzlich explodiert mein YouTube-Kanal und jeder denkt so, Flipped Classroom ist jetzt genau das Ding. Leider nein. Seit ich Erklärvideos im Unterricht einsetze, weiß ich eines, ein Video allein macht noch keinen guten Unterricht und nur die Zusammenfassung per Video oder ein Erklärbär, das ändert noch nicht sehr viel am Lernen der Schüler. Mir bricht gerade die wichtigste Säule meines Unterrichts weg. Die Aktivitäten im Klassenzimmer, das soziale Miteinander, das Miteinanderreden, die Kommunikationsanlässe, die angeleitet werden, die Zusammenarbeit untereinander, das kreative Wir, das soziale Wir, all das habe ich jetzt in der Corona-Krise nicht. Und genau das gilt es aber gleichwohl virtuell irgendwie hinzubekommen. Mit Feedback schleifen, mit viel Miteinanderreden und auch virtueller Zusammenarbeit. Nur mit den digitalen Materialen werden wir jetzt nicht unterrichten können und werden wir auch nicht Unterricht verändern können. Das sehe ich aber als große Chance, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie könnte Unterricht ausschauen, wie könnten wir problemorientiert an Sachen rangehen, wie könnten wir echte kreative Auseinandersetzungen bei den Schülern hervorbringen, wie können wir kommunizieren und kooperieren anleiten in Zeiten der Corona-Krise und dann natürlich auch in der Zeit danach, wie kann ich Unterricht besser machen.